So, herzlich willkommen zurück zu Legendary. Mal gucken, ob wir in dem heutigen Part wieder einen Stopper drin haben oder ob wir voranschreiten. So. Ich hab ein bisschen wenig Helfer, finde ich. So, aber auf jeden Fall war das tatsächlich so, dass das Rad erst später freigegeben wurde. Also ich musste tatsächlich diese Flammenwerfertypen abwarten. Wait. Aha. Ja, okay. Von mir aus auch das. Spark. Spark Getränke. Spark Unlimited Getränke. Naja, von mir aus auch das. Das ganze Zeug hier kaputt. So. Ich hab zwar keinen Plan, was ich jetzt tue, aber wir machen einfach mal. Ja, ist bestimmt richtig, dass wir das machen. Dann haben wir schön viel Wasser und dann nicht so ein Problem mit Firetricks, würde ich meinen. So, dass das Ding auf der 3 ist und die Shotguns auf der 2 finde ich richtig beknackt. Ich finde das toll, wenn ich das irgendwie umändern könnte, aber ich wüsste auch nicht, wie ich jetzt eine Waffe droppen kann. Kann man vielleicht, aber ich hab keine Ahnung wie. Wie, das war nochmal ein Checkpoint? Moment. What? Okay. Ne, gut. So haben wir recht dann, aber dann kommt jetzt hier natürlich das nächste Chaos, nehme ich an. Oh, was ist hier los? Oh. Moment. Moment. Bäm. Kam kaum aus dem Herzen heraus. Tief aus dem Herzen heraus. Hab ich. Ja, das werde ich jetzt nicht auf die Reihe kriegen, dass das Ding jetzt da ist. Das ist ja voll furchtbar. Wie hat sich denn sowas schon wieder ausgedacht? Ich hab's beschissen, äh, eingesammelt, würde ich vermuten. Ich würde das wirklich sehr gerne ändern. So. Können wir schon mal was vorzeitig ausschalten? Oh, das wär awesome, wenn man das könnte. Ich hab das Gefühl, hier wird's eine Riesenschlacht geben. Eine Riesen-Black-Order-Schlacht würde ich da vermuten. Ne, gut. Der Shotgun ist voll. Ja, toll. Shotgun ist auf der 2. Boah, das werde ich nicht schnallen. Das weiß ich jetzt, ne? Moment. Oh. Das mach ich schon mal jetzt. Boah, das sind voll, das schon mal jetzt zu machen. Ich hab fast das Gefühl, das nicht. Irgendwie sagt mir mein Gefühl grad, dass ich das hätte noch nicht gemacht, jetzt tun soll. Tja, heute. Hätte ich definitiv nicht jetzt schon tun soll. na vielleicht töten sie mich ja ich glaube gerade mal nicht auch wenn sie mich ziemlich angeschlagen haben wo ist nichts los jetzt bin ich hier gerade so gut ich sterbe jetzt ich sterbe jetzt definitiv gut dann kann ich das ja vielleicht doch noch mal weil interessieren wird es mich ja jetzt schon was die das ding macht wenn ich jetzt kommt der werwolf dann raus das hat letztes mal besser funktioniert blöd dass ich den noch töten muss das hat letztes mal besser funktioniert glaube ich naja was soll es so ah was ich wollte doch was mit maschinengewehr nehmen so ich wollte jetzt sagen nehmen wir mal das ding in die hand und jetzt probiere ich das jetzt erst das war nicht garantiert so geplant oh wir sollten den mal abschießen und nicht angucken hä hä der erkennt hier irgendwas das ist ja gar nicht das ist ja gar nicht der hättet ihr irgendwie ne jetzt nicht mehr der ist jetzt noch mal ok da hat sich wohl einer versteckt vorhin So, ne das ist nix. Das ist nix, ahhh. So, wir müssen vorsichtiger vorgehen jetzt. Uah, fuh, 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 ich sag's noch. Und dann kam er. Kann nicht so viel helfen, das ist mein dichtstes Problem. Ah, da wird das Klop ausgelöst und da kommt jetzt gleich der, scheiß Wehrwolf, genau. So, guck mit dein Zeug. Oh, da kommt bestimmt noch Black Order, nehm ich an. So, die laden wir unbedingt nah. Das ganze, wie jetzt alles immer schön durchgeladen ist. Aber das gefällt mir nicht, diese offene Ecke hier. Jetzt fühle ich mich nicht wohl auf so einer offenen Ecke. Guck mal, von zigtausend Ecken befeuert werden. Ist das alles Griffons? Boah, garantiert, ne? Heftiger Bullshit. Ich höre irgendwo Black Order. Das gefällt mir nicht, weil ich hab echt wenig, äh, hier. Das ist ein bisschen... Oh, ein hoch drauf, dass ich diese Waffe habe. Oh, hi. Okay. Ist der jetzt freundlich oder nicht? Garantiert. Ach, der ist eingesperrt, scheiße. Der ist entschuldig. Dabei kann er mir noch nichts tun. Hat auch... Hat auch was Gutes. Ach, ne. Aber eigentlich sollte ich froh sein, wenn die kommen, weil die können mir Hilfe geben. Wenn ich den nicht festhaken würde. Nein. Bleib weg. Oh, ja, das tut gut. So. Oh, nächste. Nächste. Ich könnte mir vorstellen, dass das wieder so ne Endlosgeschichte ist. Ach, f*** dich. Das garantiert ne Endlosgeschichte. Ach, ist doch kacke. Jetzt hab ich gar nichts gewonnen. Wegen, bei der mich jetzt gerade... Am meisten ja... ... grad alles wieder weghaut. Ach, kommt das jetzt wieder her? So, ich glaube, ich muss da mal ein bisschen schneller sein jetzt. Ah, dahinter. Ansonsten. Oder es ist keine Endlosgeschichte. Vielleicht kann ja auch sein, dass es das nochmal klappt. Oh, es ist aber doch ein bisschen streuen gestern auf der Distanz. Man merkt das. Aber geht noch grad so. Ah, ich glaube, es geht doch voran. Ich glaube, es ist doch keine Endlosgeschichte. F***, 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 f***. Das ist nicht gut. Ich muss hier weg. Los, beweg dich. Oh. Oh. Man, gut, dass ich hier weggegangen bin. Die schmeißen sogar Granaten hier. So, wo seid denn jetzt? Das ist so offen hier. Aber wenigstens haben die Werfer doch aufgehört. Ach, manch. Cool, der Typ ist tot. Gut, dass ich's gesehen hab. Aufensweise mal nicht blind auf der Muschel. Sehr gut. Oh, ne, jetzt kommt ihr wieder. Jetzt kommt. F***, ich seh euch nicht. Na, ich hab mich nicht mit dem Nick aufhalten dürfen. Okay, 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 okay. Ja, es ist natürlich jetzt blöd, weil ich jetzt alles nochmal von vorne machen muss. Da war kein Checkpoint. Nein. So sieht's mal aus. Aber egal. Kriegen wir hin. Na, jetzt haben wir noch sehr viel Lust behaftet, ne. Aber was soll's. Gut, aber wir wissen schon mal. Wir wissen schon mal, dass wir das definitiv, ach, wirklich machen müssen. Das ist schon mal klar. So. Irgendwo ist hier noch einer. Ah, äh, was? So, der hat das Hornchkos noch vielleicht. Ich glaub, so ist der Tatsache. Nee, das soll ich grad schon der Tatsache auch nicht mehr rot machen, heh. Ich denke schon, dass hier noch einer ist. Ich weiß was. Das war, glaub ich, noch einer. Ja. Ich mein' ich doch, da kommt noch einer. Ich dachte es doch. Dich hab' ich vermisst. So. Gut. Jetzt kommt der Wehrwulf. Das Gute daran ist aber, dass wir uns zu Anfang kennenlernen. Den Sparm. So, jetzt kommt der Wehrwulf. Genau. Los, lass dich. Und ein bisschen aufladen. Aber es ist zum Glück keine Endlosgeschichte mit den Wölfen. Das gefällt mir schon mal grundsätzlich ganz gut. So. So. Jetzt kommen die. Jetzt kommt Black Order nochmal, ne? Dann kommen hier nämlich auch nochmal Wölfe. Ah, doch da sind die Wölfe erstmal. Die waren jetzt erstmal dran, okay. Ich hab' eigentlich noch was zu tun. Hey. Ich mein' ich doch. Ich bin grad übersehen. Ich bin grad übersehen. So. So. Das wäret ihr. Das ist das Gute. Irgendwann weiß man das. Sind wir sogar wieder voll aufgeladen. Sehr schön. Dann. So. Jetzt kommt die Black Order dran. Dass ich wieder nicht finde, wo. Was ist das denn? Irgendwas muss ich hier drücken. Damit ich so loswerde. Ich ziehe grad das Teil nicht. Ah, da hinten ist da. So. Gehen. Gut. Klappt wie am Schnürchen momentan. Hat irgendwie eigentlich was ergezogen? So. Wo ist das? Ah, jetzt. Jetzt. Freigegeben. Perfekt. So. Jetzt tun wir das. Wollen wir mal gucken, wie es jetzt weitergeht hier. Gut. Ich bin immer noch voll aufgeladen. Sehr schön. Langsam vorgehen hier. Irgendwann. Ah, da sind sie. Okay. Oh, die schießen. Äh. Ja. Werfen wird gerade nicht schießen. So. Das ist irgendwie hier hinter, ne? Ah, hier hinter schmeißen. Da kommt ein Werwolf. So. So. Jetzt mal dein Zeug. So. Nein, die. Die jetzt mal nach, bitte ganz schnell. So. Dann die wieder. Ich hoffe, dass hier nicht irgendwo ein Endlos. Oh. Das waren es. Das wäre etwas ungünstig. So. Ach. Diese. Wackelige. Zielpferdenrohr hier. Ah. Ja, guck mal an. Da waren aber noch Dinge ins. So. Checkpoint wäre geil. Was hast du denn da für ein Ding? Oh, Flammenwerfer. Nice. Ah. Ah. So. Danke dafür. So. Danke dafür. So. Gut. Äh. Wo geht's jetzt weiter? So. Jetzt hab ich jetzt mit dem Shotgun getauscht. Ja, das war jetzt nicht so intelligent. Ah. Jetzt war einfach hier zurückzukommen. So. 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 Dann habe ich mal von. Oh. So. 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 Wird Zeit. So konnte mich ein bisschen beruhigen. Swocke. Jetzt habe ich schon keine schlechte Wahl, dass ich ihr mir diese Waffe wieder mitgenommen habe. Was haben wir denn hier? My dear Stan, I wanted to see you at least one more time, but the ghosts are everywhere now. They are busy toying with certain neighbors right now, but I suppose they can come through the walls any minute. I've already called 911, three times didn't get through. I may not live to see tomorrow, but hope you remain safe. Jo. Hast du recht. Hold it down until reinforcements are on the ground. I've never seen you anymore, in the fact. So. Seriously, now, seriously. I'm in the ass. This stupid face makes me really bad. Why should you not put your hands in there? Why should you be right there? I don't know what your status is. So really, Deckard. Six, this is Bravo. We've been hit hard, multiple wounded. Yeah, that's we've already heard. Copy that. Full position. Switch to emergency channel. The request extraction. But, okay, at the same spot, I already need that. Hey, how does it look like a checkpoint? If you're really serious. I'm going to be nervous. Or someone came, I didn't get it. I can't... Thank God. Oh my God. Tio, here comes Deckard never again. So, okay. Wow. Oh, er lacht die scheiß Knarre nach So, ich brauche euer Zeug ganz dringend Ähm, euch brauche ich jetzt nicht unbedingt Aber schön, dass ihr auch mal wieder kommt Endlich mal wieder neue Gegner, nicht immer die gleichen Und solange sie die nicht mehr kamen sind, kann man sie ja schon fast als neu betiteln So, das muss ich noch vollenden hier So, sieht's aber echt bitter aus Ja, schon sagen Distanz vom Fass, ne Man steckt Deckard wieder seine Hände da rein, weil ihm so kalt ist Und dann merkt er, dass ihm dann plötzlich zu warm ist Ja, ja, der Deckard Oh Scheit Bloß kaputt machen Ich glaube, dass das kein guter Gast im Zug ist So ein Vieh Ne Ich denke nicht Und was auch immer ich jetzt die Energy eingesammelt habe, aber ich bin jetzt nicht undankbar Ne, ein Flammenwerfer Ich weiß es ja nicht Hm, das ist wie so eine Entscheidungsfrage hier Wof 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 Was kommen sie hier rein? Das finde ich natürlich jetzt nicht so geil Na gut, der Flammenwerfer ist natürlich optimal jetzt Da Ja Gottess Willem Muss irgendwie ein Nest Ach da oben ist das Nest Ihhh Fuck Hey What the fuck ist denn hier los? Ah Das geht sich nicht gut aus, oh fuck Weg, 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 sofort weg Scheiß, scheiße Ach da kommen sie alle raus Boah, das überleb ich nicht Scheiß, da ist irgendwo noch ein Nest Okay Aufgabe fürs nächste Mal Da habe ich bestimmt noch ein Nest übersehen Scheiß, Dreck Ja egal, das kommt dann beim nächsten Mal dran Ich bedanke mich fürs Zuschauen Bis zum nächsten Mal mit Legendary Bye bye